Wir befinden uns hier in unserem Sparsupermarkt in Karlsdorf in der wunderschönen Steiermark. Dieser Sparmarkt ist 550 Quadratmeter groß und wir bieten hier über 2500 unterschiedliche Artikel an. In dem Sparmarkt arbeiten insgesamt 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und davon sind zwei Lehrlinge in Ausbildung. Durch die Einführung von ESL haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt mehr Zeit für andere Tätigkeiten, weil der Tausch der Papieretiketten entfällt. Die Preisgenauigkeit erhöht sich durch ESL und außerdem verringert sich die Fehleranfälligkeit. Spar nutzt schon die neueste vierfärbige Fusion-ESL-Technologie, um Angebote, Rabatte, aber auch Aktionen für den Kunden farblich besser herauszuheben. Zusätzlich zeigen wir im ESL Gütesiegel, Herkunftsländer, aber auch zum Beispiel Einzel- und Verpackungspreise an und für den Kunden das Einkaufserlebnis nochmal zu optimieren. Der Prozess der Einführung der ESL hier in Karlsdorf war sehr unkompliziert. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten davor die Gelegenheit in einen anderen Sparsupermarkt zu gehen, der bereits ESL im Einsatz hatte. Dort haben sie das System schon kennengelernt. Am Umstellungstag an sich hat dann alles sehr reibungslos und unkompliziert und sehr schnell funktioniert und die Fusion Group hat uns dabei tatkräftig unterstützt. Alle Märkte und ESL werden kosten- und kapazitätsschonend in der Fusion Cloud zentral gesteuert. Das ist natürlich nachhaltig, bringt aber auch die Möglichkeit mit, über unsere offenen Stützstellen alle Funktionen in die sparhauseigene App zu integrieren. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben jetzt mehr Zeit für Bedienung, für Service und für den Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden. Und das finden wir sehr positiv.